Hallo, hier ist Martin von Money Bank, hier ist das die DAX-Analyse für Montag, den 5.12.2022. Ja, und wenn wir die Vorwoche zusammenfassen in einem Bild, dann das, definitiv das, denn unser DAX hat nicht viel gemacht, ja, also nicht viel gemacht, zumindestens auf der Oberseite nicht viel gemacht, sind 22 Punkte auf der Oberseite gewesen, sind gut 220 Punkte auf der Unterseite gewesen, damit ist unser DAX aber auf jeden Fall tiefer rausgegangen als das in der Vorwoche und das ist das allererste, das allererste Mal seit gut 10 Wochen, also wirklich das erste Mal seit 10 Wochen gut tiefer rausgegangen und da kann man schon auch davon sprechen, dass das ein kleines Warnsignal ist, ich sage absichtlich auch Warnsignal, nicht Verkaufssignal, ich sage wirklich Warnsignal, nicht Verkaufssignal, das heißt, ich sage nicht, dass der Markt fallen muss, ich sage aber, dass er eine erste Warnung gibt, weil er vom Bewegungsverhalten der ganzen letzten Wochen, in denen es ja konsequent aufwärts ging, abweicht, ja, das heißt, hier sollte man jetzt ein bisschen aufpassen, für den Fall der DAX verkauft zum Beispiel ein neues Hoch einfach wieder nach unten, würde ich schon damit rechnen, dass er dann etwas gröber auch auf der Unterseite anfängt zu arbeiten, wie das noch in der Vorwoche war, das war relativ smooth und gemütlich, da dürften nicht viele den Kopf und den Verstand verloren haben, da hatten wir auch in der Woche irgendwo mal eine Diskussion, dass da ein Screase wäre, also da ist nichts gescreased hier halt in der Bewegung, da ist auch kein Druck entstanden, das ist einfach nur Gependel in der Vorwoche gewesen, da ist wirklich bei niemandem irgendwas angebrannt, vielen liegt diese seitwärts nicht, andere sagen wieder, oh zum Glück ein bisschen seitwärts, da verliere ich nicht so viel, wie ich in einer Trendphase verliere, das gibt's auch, ja, also es gibt, ja, es liegt nicht jedem halt, ne, und manchen liegt es aber wenigstens noch besser wie die Trendbewegung, aber grundsätzlich, man kann das alles lernen, ja, das ist auch ein schönes Stichwort eigentlich, wir haben ja Seminar, können wir gleich eine schöne Überleitung machen, wir haben nämlich Seminar jetzt mal wieder drin, ne, wir hatten jetzt ganz, ganz, ganz lange keines, beziehungsweise ich hatte auch gar keine Vor mehr in Deutschland zu geben, weil meine Planung bezüglich Deutschland ein bisschen anders aussah, wir sind nun aber dieses Jahr deutlich länger in Deutschland gewesen, als ich das ursprünglich erwartet und auch geplant hatte, und wir sind jetzt auch noch eine Weile da, bis März 2023, und deswegen haben wir jetzt nochmal ein Seminar organisiert für diejenigen, die das immer gerne wollen, es haben immer viele gesagt, sie wollen die Aufzeichnung nicht, sie wollen das gerne live haben, sie wollen gerne dabei sein, ähm, gäbe es dann quasi nochmal eine Möglichkeit im Februar 2023 in Magdeburg im Herrenkugparkhotel, ähm, also so wie eigentlich immer, und, ähm, vom, wartet, ist der, es ist der, es ist der 26. irgendwas, 25. und 26. Februar 2023. Ja, für alle die, die einfach ein bisschen lernen wollen, sich besser im Chart zurechtzufinden, ähm, wir machen natürlich dazu, viele fragen immer, ne, kann ich das nur für den DAX anwenden, oder kann ich das für alles andere anwenden, also, ähm, ich erzähle euch letztendlich am Beispiel vom DAX, wie vieles funktioniert, ähm, und speziell auch, was natürlich im DAX gut funktioniert, und auch diese Regelmäßigkeiten, diese Sachen, ähm, die ich euch immer wieder erzähle, wo wir sagen, keine Ahnung, der bricht bestimmt nicht oben aus, der macht erstmal wieder unten zurück, und sowas, das basiert ja letztendlich alles irgendwo auf Regeln, die ich für mich mal definiert habe, und die man immer wieder anwenden kann, Sachen, die ich schon, keine Ahnung, vor sechs Jahren erzählt habe, hier in einem Video, die funktionieren heute noch genauso, halt, ne, weil der Markt einfach gewisse Regelmäßigkeiten hat, und das Sinn und Zweck vom Trading ist es ja, die einfach für sich zu nutzen, und da, ähm, im Seminar machen wir es halt wirklich so, dass wir da ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen detaillierter in die Karten gucken lassen, ne, was, was liegt eigentlich dahinter, was sind so unsere Gesetzmäßigkeiten für den Markt, was wir auslesen, wie analysieren wir, wie kommen wir dahin, und was liegt dahinter, warum machen wir das so, dass ihr letztendlich in der Lage seid, die Morgenanalyse einen Tag danach selber zu machen, also wir machen das auch immer als Abschluss eigentlich, das haben wir jetzt die letzten Seminare auch immer so gemacht, dass dann die Teilnehmer selbst die Morgenanalyse für den nächsten Tag machen, und das hat auch beim letzten Mal super funktioniert, und das soll halt einfach helfen, dass ihr euch ein bisschen besser zurechtfindet, ne, ähm, aber das ist nicht das eine Ziel, das ist der, ich sag mal, ich sag mal, der Tag eins, ne, dass man einfach gewisse Analysetechniken lernt, auch lernt, bis wohin kann ich einen Trade halten, ne, das ist auch immer so viel, viele, die finden vielleicht mal einen guten Einstieg, manchmal, muss man ja so sagen, auch wirklich eher durch Glück bedingt, die haben einfach glückliches Händchen gehabt, wissen dann aber nicht, bis wohin sie das Zeug halten sollen, sowas gucken wir uns an, wo setzt man die Sublots richtig, ne, so ganz klassische Sachen einfach, ne, die viele immer ein bisschen um den Verstand bringen, weil da gerade solche Themen halt auch schwierig sind zu erkennen, wann macht man es falsch, wann hat man bloß Pech gehabt, und das muss man unterscheiden können, das muss man erkennen können, ne, wo hat mich der Markt, ähm, vielleicht gefischt, wo hatte mich, ähm, wo habe ich einfach einen technischen Fehler in meinem Trade gehabt, da sollte schon jeder, der mit echtem Geld handelt, das tatsächlich dann auch anzuwenden wissen, und, ähm, dafür mache ich halt immer so ein Seminar, auch wenn ich viel in den Videos hier mit reingebe, kriegt man das so kompakt einfach nicht rübergebracht, ohne dass ich jetzt hier in einem 16 Stunden mit euch morgen Analyse-Video mache, ja, und wer da Interesse hat, schickt einfach eine Mail an money-monkeys.com, ich packe auch die E-Mail, ähm, wartet, schickt eine Mail an seminar-at-money, wie das Geld, minus monkeys, mit S hinten, also wie die Affen, .com, binde ich durch dazwischen, seminar-at-money-monkeys.com, und, ja, wie gesagt, ich hänge auch in die Kommentare und hinten in Abspann nochmal die E-Mail-Adresse, ähm, wer Interesse hat, schreibt gerne eine Mail, könnt gerne mit vorbeikommen, aber es soll halt eben auch nicht nur darum gehen, ne, dieses Erkennen und Analysieren, diese Regelmäßigkeiten, meine Gesetzmäßigkeiten, sondern halt wirklich auch so ein bisschen, wie findet man Trading-Setup, wie geht man eigentlich mit einem Markt um selber, ne, also wir nehmen den DAX als Beispiel, ähm, gehen aber auch auf andere Basiswerte dann ein, ne, und kommen eigentlich, oder ich möchte euch eigentlich dazu hinführen, dass ihr diese Gesetzmäßigkeiten auf der Basis vom DAX dann halt auch für andere Titel transportieren könnt, sodass ihr selber in der Lage seid, dass, äh, diese Gesetzmäßigkeiten für andere Werte einfach aufzustellen, ne, ich will euch einfach zeigen, worauf müsst ihr achten, weil instinktiv achtet man nicht auf die richtigen Sachen, man achtet instinktiv immer auf die falschen Sachen, man guckt immer auf die falschen Sachen, sucht irgendwo in Nachrichten irgendwelche Gründe für irgendwelche Anstiege, Absenkungen oder wie auch immer, aber in seltensten Fällen guckt man auf die richtigen Sachen, und wenn man es richtig macht, dann vielleicht mit einem falschen Setup, also das sind, das sind die Sachen halt, ne, dass ihr ein richtiges Setup habt, dass ihr eine Analyse könnt, dass ihr euch im Markt sicher bewegen könnt und auch wisst, was ihr einfach tut halt, ne, dafür soll die ganze Aktion sein, wer kommen möchte, kann gerne kommen, schickt einfach ein Mail und dann klären wir den Rest so und für unseren DAX, um das jetzt hier noch zum Abschluss zu bringen, würde ich jetzt erwarten, aufgrund des tieferen Wochenschluss, dass wir durchaus nach unten arbeiten können, ähm, sollten wir ein neues Hoch abverkaufen, bin ich auf jeden Fall sofort dran, ähm, und werden nach unten weg analysieren, das heißt, Aufwärtsgap und Abverkauf zum Beispiel, Abverkauf das Abwärtsgap, würde ich sofort auch ein neues Tagstief und am Freitag erwarten und entsprechend dahin analysieren, die Ziele unten kennt ihr alle, die sind unverändert, 2,80, 2,50 haben wir letzte Woche gar nicht bedient, das wäre mal eine schöne Anlaufstelle, dann ist jetzt auch das mittlere Tagesband, ähm, das könnt ihr mal schön anrennen, wenn er, wenn er jetzt hier am neuen Hoch scheitert, dass er ein neues Hoch zum Montag bringt, würde ich schon fast denken, ja, vielleicht so im Bereich 600, 630, aber ihr seht auch hier, der hat auch Platz bis gut 830, ja, also er kann hier auch gut 800, 860 ist das hier, kann er gut reinstechen und, ähm, Short nehmen sollte man ihn dann aber wirklich eben auch nur, wenn er Schwäche zeigt, ja, das ist ganz wichtig, die Schwäche dann eben auch zu nutzen und, aber eben auch abzuwarten, ne, nicht, dass man anfängt, hier kommt eine fette grüne Kerze und dann sagt man sich, oh, der Martin hat gesagt, der macht die unter des Montag tief, jetzt gehe ich Short und auf einmal steht er bei 800, dann sagt man sich, ey, stelle ich nochmal Short nach, dann steht er hier oben bei 964, man geht aus den Shorts raus, beendet den Trade, auf einmal dreht er rum und schließt, geht wirklich hier runter halt, ne, und, ähm, hat er keine Grenze da oben, wo er, vielleicht haut er noch einen schönen Short-Squeeze dazwischen, drückt nochmal richtig rein, ähm, das ist, die Möglichkeit hat er hier oben raus, ne, und deswegen wird, sollte man halt auf der Shortseite erst arbeiten, wenn er dann auch wirklich eintritt und Schwäche zeigt. Wie gesagt, der Bereich um 640, äh, 630 hier, 630, 600, der ist ganz interessant, dann nochmal hoch rein und runter, könnte ich mir sehr gut vorstellen für den Montag, sollte sich drüber zeigen, wird für mich erst eigentlich wieder richtig die 830 interessant, die 700 ist auch nochmal so eine kleine Zwischendurchlauf-Posten, aber eigentlich wirklich erst der Bereich um 830 dann interessant, das heißt, sollte hier nicht drehen in dem Bereich um 630 und sich eher stabil, hier flach, langweilig, ruhig zur Seite zeigen, dann wären das alles Anzeichen dafür, dass er wirklich noch bis 14,830 in den Montag, Dienstag dann laufen kann, dann probiert er es vielleicht im Dienstag nochmal und bringt uns vielleicht von dort dann eine rote Wochenkerze noch dahinter, also das ist, das ist, da gibt es keine Bedingungen jetzt, wie weit darf wir oben vorher noch rausstechen, ähm, ich würde einfach nur diese Warnung mit zur Kenntnis nehmen, wir haben einen tieferen Wochenschluss als zur Vorwoche, ähm, und das jetzt seit 10 Wochen das erste Mal, das heißt, es baut sich jetzt überkauft halt im Markt ab und das könnte dann durchaus auch ruppiger werden, sollte der direkt anfangen nach unten zu schroten und auch relativ früh schon unter 520 stehen, ähm, würde ich schon mal so den 365 erstmal nochmal einplanen und dann auch so 280, 250 und dann erstmal wieder gucken, wie bewegt er sich, wie verhält er sich, wahrscheinlich kommt er aus der Zone hier, ähm, auch erstmal wieder deutlicher nach oben zurück, ne, holt er nochmal so eine 365 von unten ab, da hat er ja von oben ganz oft reingestochen und, ähm, bevor er sich dann richtig unten rauslegt, wenn er sich dann unten rauslegt, ja, wäre jetzt eher unüblich zum Jahresende hin, aber wir gucken, wir gucken erstmal, wie er sich bewegt, wir gucken erstmal, wie er hier reinkommt und ich denke schon, wenn der hier runter macht, dann 365 und dann kriegen wir mal einen etwas anderen Jahresabschluss als sonst und drückt er sich hier nämlich nochmal einen guten Meter nach unten weg, okay, gut, dann soll es das soweit sein, wie gesagt, wer Interesse am Seminar hat und kommen möchte, ähm, ganz viele Plätze haben wir nicht, ihr könnt gerne das jetzt auch schon in Sack und Tüte bringen, euch euren Platz sichern und verbindlich zusagen, ähm, ja, Punkt, wenn voll ist, ist halt voll dann irgendwann, ja, ich wünsche euch was, schönen Wochenstart und bis morgen, tschö. Bis zum nächsten Mal.